Willkommen im nächsten Mal von Super Mario Lamulana, 64 und Knuckles und äh, ja wir haben den Part angefangen und äh, wir machen jetzt auf jeden Fall weiteres Rom-Gesammle. Junge, du hast nicht mal den Anfang gemacht. Ups. Doch, hab ich doch grad. Collect in die Vorhabenzeit, Collect in die... Also, Manuel hat jetzt übrigens die Komplettlösung, der konnte es nämlich nicht abwarten, äh, die Komplettlösung zu komplett lösen. Ahhhhhhhhhhhhhhh. Mango, Mango. Mango? Maki, go up. Ich weiß jetzt wo die ganzen Rom sind, ich sehe die vor mir. Ich weiß auch wo alle Rom sind, nicht? Er ist der Leader of the Bunch. Weißt du was er tut? Doch die Frage ist, wer ist dieser Bunch? Und wo ist er? Er notet ihn well. Und er ist endlich back. Ach man, ich weiß nicht mehr wie genau der Affe heißt. Seine Kokosnussgun, ne? Die feuert, ne? Die, 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 komm. Wenn er dich shootet, das wird hörten. Er ist auch bigger und faster und stronger, du. Er ist der, der, der auf die DK-Crew. Er ist zu viel, ich weiß der erste Member. Auf die DK-Crew. Uh, DK, dunkel Kong. Ehm, Mr. Supervisor, wo wollen wir jetzt überhaupt hin? Und strech his arms out, just for you, inflate himself. Just like your Balloon. Was willst du jetzt haben? Genau. Wo soll ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Äh, Inwelt Nummero Eins. Ja, wir sind hier sogar richtig. Ja. Ich glaube, hier fehlt eine. Das muss ich nur wissen. Aua. Aua, mein Finger tut mir weh. Ah. 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 Nani, der Asshole. Uc, 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 uc. Asshole, 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 asshole. Okay, ich bin gleich da. Warte. Der alte Mann ist gleich da. Mir tut mein Finger weh. Aua. Ich esse lange Pfannkuchen. Tower of the Goddess. Tower of Wurin. Schwaner von der Mata Guidance Gate Da ist damit D4 Use the ability to jump from the widemmost wall At C4 Land of the Excelled Third Engine Oh lord, hast du das noch gar nicht gemacht? Okay okay, warte warte, ja stimmt, das hast du vielleicht noch gar nicht gemacht Okay, geh nochmal, ja 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 Warte, 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 warte Geh, mach Geh wieder zurück ins Game D3 INS GAME ok und jetzt ja recht das ist nicht meine auslegung von politik und 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 ich gleich weiter auf jetzt einmal hinunter ja es geht nicht junge wir spielen gleich wieder mit kassek da kannst du mir die die arsch pusteln blasen ja jetzt lebt ich jetzt hübsch da nach links lebt ich an die wand mit der körper klar und springt zudem engel da genau da musste ich ankleben an der wand damit du zu den engl strengen kannst mit der kurzen klar was ich meine ja genau jetzt ja so wird es auch genau hier ist es ja wie hätte ich das finden sollen alle ja wenn man klug ein collection ex das habe ich das habe ich selbst gefunden sogar das ist nicht so schwer finde ich das sehr gut wenn du das gefunden hast dann dann geht das ja junge ich bin auch normaler spieler ich bin ein wappler ok center-right-screen immediately left of the ladder lefter ja okay gehen wir in den in den end des korridoren dann hinunter in zu streuen welt es ist acht du kleiner mongro ach so ein bisschen durch verwechselt confusion geht und wie ich da kannst du gar nicht hin ohne entartige duren gesorgt jetzt gehe nach rechts und die jetzt aber nach links glaube ich ok nach links ich hab keine ahnung und jetzt nach oben naaa ich hab keine ahnung das ist voll 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 wahnsinn warum schickst du mich in die hölle da musst du jetzt nach rechts so aufgeregt hast ja jetzt nach links hinunter hinunter ja und jetzt nach rechts und jetzt ich wollte nur der scheiße ausweichen die weiter nach rechts homie bis zur leiter homie oh homie ach warte bis zur leiter ok warte das ist die falsche leiter homie nein du also bis hier du musst nach rechts homie aua homie nicht sterben du darfst nicht sterben homie das betrunken im arsch du hast die sterben oh man und jetzt bitte ja wohin soll ich jetzt gehen oh homie das spiel leckt homie was leckt es denn was man leckt ist man schäbig oder wie geht das sprichwort ok ich muss ganz gut nochmal neu starten bei mir ist gerade richtig ok in der zeit spielte spielst du du bist nicht mehr ein screen du bist nicht mehr ein screen du bist nicht mehr ein screen einfach gekommen homie ja das ist nicht homie die sind gelb ok du nach warum wird das scheißfeld größer das scheißfeld hat nicht mein kopf man kann den immer je nach größe mit einer anderen waffe besiegen das ist ja mega beschissen du musst da hinunter homie da wo? da spielst du eine gute musik ich werde ich werde erwachen homie und tschüss du musst die andere musik einstellen homie und da ist er aber ist da wirklich ein item was wir noch bekommen können oder wat jaaa glaubst du ich hab dich hingeführt und sonst ja ja das hätte er echt sein können ich hab dich verrascht homie war das du homie oder war das du was nein 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 was ich liebe das wie gut wie gut oh man wie oft wie oft hab ich das spiel schon geglitscht alter komm schon mach nochmal mach nochmal mach nochmal auch schade war zu geil gewesen was machst du bitte? ich weiß es nicht ok ich hab mich mal hingeschaut auf einmal oh hey ich hab's wieder geschafft oh sehr schön oh oh homie du du glitschige bitch oh man also let's go laufen wir durch das kleine zubert gewitter los oh wir genießen die musik hier sollten zwei raums jetzt sein zwei serious zwei Stück nein günther also nicht zwei stück sondern zwei günther ah Manuel schön sie kennenzulernen ja ha ist ja richtig man kann halt richtig schön hier durchglitschen he schau mal das heißt das müsste doch hier auch gehen center right the center immediately left to the ladder yeah genau ich muss schon sagen es klingt viel besser wenn du das so wundervoll Das ist ein bisschen. Ich kann ja nicht sehen. Examen below and to the right of the soul statue on screen. die solz der tür musste unbedingt durch die band schweißig gut wo das ist ist der tür weiß jetzt nicht genau was die damit meine ich jetzt versuchen wir zu sagen nicht sterben junge wir haben nicht gespeichert okay du kannst die heilen die tötest wenn nicht zu viel jetzt machen ist ja normal durchlaufen durch den ganzen ersten kannst du doch noch erinnern ich will hier gerade nur alles erkunden moment das stimmt irgendwo die vier problem gelöst vielleicht ist es hier diese vielleicht gehen wir zu der stadt der stadt der stadt und kenne ich sie ich muss ganz kurz zu schreien auf toga 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 das moment war ich habe unten noch eine energie getränkt damit mir das dann holen nein ich habe genug geblutet für diesen stream ja natürlich ich habe selbst schon einen getrunken und noch ein hätte würde ich nicht trinken aber ich habe ja noch zehn weitere du kleiner und ich habe sie jetzt mal in der face das ganze stehgerl mit jacke aber die meisten davon stehgerl war mir kein normales deutsch der weiter da ist nichts kommt die leiter jetzt gehen wir noch recht ja nein 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 das ist falsch homie das falsch homie nein 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 du bist falsch homie falsch homie falsch homie hier gibt es nur zwei homs und die holen wir uns jetzt naja du hast die musik die will auch endlich zu ende kommen homie was soll ich jetzt machen du hast doch vorhin gesagt nach rechts gerade in der stelle ich habe gedacht ja ich habe gedacht du darfst den englisch das war zwar die gute ich habe fast gedacht man muss oben lang musste der staat war da konnte man nicht da hin du Arschloch und fisch und ich soll das so ein bisschen bis 8 0 und was torii gehen nach unten nach oben nach unten homie nach unten das richtiger bist du du musst noch mal den ganzen weg jetzt geht es ist ein problem du bist so ein hundesohn du kommst da nicht mehr hin wo wir hin müssen da musst du hin zu der statu hier ist es ja hier ist es da unten du musst einfach nur links von der leiter klicken hier mache ich doch hier ja ja eigentlich ganz hier in der mitte von ja hier ich drücke die ganze zeit da ist nix ja okay vielleicht ist da haben wir die auch schon genutzt weißt du denn nicht was ich kann noch mal die warte maul halten halte maul halten in der small alcove at the center white of the screen das falsche x7 below hallo wir waren doch vorher richtig eine fehler gemacht du kommst aber du könntest ja mit einem schild kommst du da noch mal gehen ja du siehst das problem oder nein grüßt der scheißer twitcher kommt da nicht mehr hoch ist das schild aus mit dem kannst du nämlich hüpfen auch ohne dass du auf die leitung ist man braucht normalerweise nicht man drückt nach oben um zu hüpfen ja die gute alte zeit ja man zeigt sich noch jung war wo man entweder leiter hoch geht oder ein schild hält nach oben wie freust du dich nein marge und lisa sind nicht da nein ha 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 drückte überall hier ist irgendwo die rom homie ha 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 ich hab dich ich hab dich verarscht hehehe was ist los mit dir alter ich hab keine ahnung irgendwo sollte eigentlich eine rom sein also du kannst auch nochmal hier ich lese dir den text auf englisch vorher ja examine below and to the right of the soul statue on the screen examine below and to the right of the soul statue ja was die eine statue die wir haben below and to the right ja also below and to the right bring mal ein bisschen eigentlich vielleicht haben wir das auch schon geholt ja was bekommt man für eine rom also ja stimmt das kannst du mal na das kannst du nachschauen ähm snedger jungen du kleiner snedger alter doch bark 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 kennst du das geräusch snedger 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 Mace of Galilus, Firebat, Kuwait, Kessler, Wades, Himbegun, Wiesind, Nightmare, Usas, Brakeshunt, Fan and Waste, Salon, Parodius, Moises, Usas, Conor, Marion, Space, Bamboo, Badlands, Badlands, Kame, F1, S-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H- Erfolgreich Zeit verschwindet. Ja, schön. Ja, haben wir noch eine Rom hier, ne? Ja. Wie war das, dieser Part ist das Volkreich als der Verjährige? Wir haben den SD-Snatcher noch nicht. Wir haben den SD-Snatcher noch nicht. Ja. Das war das, wo ich eigentlich vorher hin wollte, Homie. Ja, aber das war wichtiger. Jetzt, na Marsch kann man nicht trauen. Die Eds nach unten. Halt dein Maul, Fischi! Ja, und jetzt in diese Endkerbe. Was, was? 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 Was du noch an den normalen Schwein of the Mother erinnerst, da war auch schon diese Endkerbe. Okay, doke, Marschui. Didddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyddyd Das war die falsche Einkerbung, Homie. "-G ust jigemt? Ja, da oben. Also ja jetzt da hinauffüften auf diese Box. Die war vorher schon offen, aber da bist du halt nicht hineingekommen damals. Ja, genau hier. fantastisch mehr entthusiasmus ich spreche kein japanisch ich gehe mal zum folder ja okay guter zeitpunkt dafür viel spaß sehr schön es muss erst mal den rückweg finden was sollen diese geben riesen zentakel eigentlich darstellen warum gelbe gelbe riesen zentakel ist wenn ich wüsste was genau das ist dann würde ich sie sagen aber es ist halt wird ich sage das sind baumwurzeln weil es sehen die sehen aus wie wurzeln ich für mich waren das immer tentakel ich war das so die verbandung von lamulana zu einem hentai nee dann halt nicht wir schaffen das ja auch versuchen vielleicht wartest du mal bevor du da unbedingt rein gehst meinst du aber sowas kann man noch richtig kam ich sehr schön finde ich gut dasselbe machen und jedes mal falsch die fähigkeit nicht zu lernen macht ich finde ich gut so da haben wir die welt jetzt wir können wieder rausgehen ja und ganz gut sie gleich was ist endlich mal gute musik gleich ich wollte gerade fragen wie gut du die musik findest aber jetzt das tut weh dieses track ist irgendwie so ein bisschen obnoxious wenn du heute mal okay was meinst du mit obnoxious ja ein bisschen trönt ein bisschen okay viele rumtröne irgendwie ich liebe diesen track deswegen naja okay so so dann speichern wir mal dass wir nicht noch mal den ganzen weg jedes mal laufen müssen do you want to save the game natürlich nicht ich hasse speichern richtig kacke wieso besitzt dieser 80er jahre adventure eigentlich teleportierkräfte wenn er eine tastatur gekauft hat wurde das auch so erklärt nein mit den ich weiß nicht mehr warum man sich teleportieren kann es hat irgendwas mit dem grahle ist in den anus 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 ja ich liebe es in den anus geschickt zu werden von dir du bastard ich hasse deine mutter 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 figg dich und deine liquifon melondroms okay wieder da hallo manu ich benötige information was denn ähm was ist wie wird in diesem spiel erklärt dass ein 80er jahre adventurer sich teleportieren kann das ist wirklich eine gute das müsste ihm mehr gibt es dazu eine erklären warte ich kann im manual kurz nachlesen äh äh weil da steht zumindest äh warte next thank you msx lammu mal lammu lanna lammu lanna ist das 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 of games, common place on modern consoles and just how fun the old style of games can really be. Even though the great MSX games never got much recognition, in the face of the Famicom army it's hard to express the feeling of just how fun they were to people that did play them. We here at GL3Project really hope you enjoy our original game that is in that vein, La Romulana. Hm. That's just the description. Story, Professor Limesa, bla 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 bla, always learned, la la la, how to play, gamescreen, controls, adventure basics, puzzle, simprotect holy power, la la la, handscanner, map layout, these ruins entered from the travelers village on the surface, advanced to the game, super notebook computer. Ok. A bunch of die-hard enthusiasts continue to use the MSX computer, but because of its simple design its use spread throughout the world among adventurers, mountain climbers and spies who wanted them for its speedy operation and reaction in response of the wishes of these hardcore users. The manufacturers released the new standard Super Laptop MSX, all software is provided on cartridges and disks, and as soon as you open the computer it starts right up. It remains quite expandable and old MSX cartridges and external devices like the handscanner work without needing any sort of setup. In storage minimum it still hasn't changed in wave use. Let's go. 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 A custom model can be called up just by pressing the FUNCTION KEY. ROM-CARTRIGES Press F3 during the game to call it a cartridge put into a Super Notebook MSX. A lot of the ROM cartridges are old and longer go broken, but some of them have special functions. In addition, there are combinations of cartridges that will produce special effects when both loaded into the system. If you discover them, maybe results will be fun or handy. Put the ROM in slot irons and press F4 to display the map. There will several cartridges run software at a room. No, it's not explained how it's going. It's just... Result will be fun or handy. There you have your answer. Okay. A little fantasy is still there. I made a monster now. Are we still in the part? Yeah. Yeah, but it's just 30 minutes long. I'm just waiting for something to do with you. I don't know. I don't know. I have just read the text from the manual manual. I mean, not me. Yeah. Have you ever done that? Yeah. Let's play. Wir haben es mal zusammen, glaube ich, gelesen, irgendwann. Ja gut, das letzte Play läuft ja schon seit ein, zwei Jahren. Kann man schon vergessen. Zweieinhalb Jahre, glaube ich. Oder seitdem du es zum ersten Mal gespielt hast, das war 2017 irgendwann, glaube ich. Aber es ist halt echt so, ja? Weil... Also... Beim nächsten Mal holen wir uns die restlichen Roms, würde ich sagen. Hast du gespeichert? Ach so, ja, dann... Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich gespeichert habe, deswegen speichere ich jetzt mal ganz kurz. Wenn ich den Knopf dazu finde. Ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ach so. Jetzt sind auch die Glas später eigentlich hinunter gespielt. Schön. In eure Verblutungen. Was ein Sparras. I've said to game. In dem nächsten Part. Keine Ahnung, haben wir den nächsten Part. Den ist hier. Im nächsten Part haben wir den nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ah! Ah!